Ja, hi und willkommen zu einem neuen Video vom Zweirad-Eck. Wir haben jetzt endlich die Velo de Ville-Räder hier am Start. Hatten wir ja schon mal auf der Eurobike drüber gesprochen, hatten euch schon mal ein paar Einblicke gegeben in die Firma, beziehungsweise auf dem Stand eben, wie das Ganze da bei denen abläuft. Ja, und das wollen wir uns jetzt heute mal gemeinsam angucken, was wir hier für ein Rad haben. Ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier das AEB 890 von Velo de Ville. Ist ein typisches City-Rad, also eben für den, der eben sagt, ich möchte bequem sitzen, bequem fahren, eine aufrechte Sitzposition haben, leicht nach vorne gebeugt bis nahezu aufrecht ist sowas hier, dann ist halt ein typisches Rad vom Einsatzzweck. Ja, ich sag mal, am Niederrhein bis hin zu leichtem Berghoch, Bergrunter könnt ihr damit eigentlich alles machen, weil ihr hier eben in dem Fall schon den stärkeren Motor von Bosch Standard mit 75 Newtonmeter, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber wie gesagt, das ist eben so ein schönes Allround-Paket, wo ihr eben sagt, das ist das Ding, wo ich ganz normal mal eben mit zum Markt fahren kann, aber eben auch sagt, wenn ich am Wochenende mal meine, ich muss mal irgendwo ein bisschen in die Berge, wo es ein bisschen berghoch, berg, runter geht, ein bisschen hügeliger wird, da seid ihr eben da auch ganz gut bedient, auch mit dem 75 Newtonmeter Motor, um da eben auch dann in den stärkeren Steigungen einfach nochmal ein bisschen mehr Kraft zu haben. Ja, von der Elektronik ist es so, wir haben jetzt hier eben schon, das ist natürlich ganz neu, jetzt der Purion 200. Wir haben auch den immer konfiguriert bei den Velo de Ville Rädern, weil es unserer Meinung einfach jetzt der Display sein wird, der gerade im City-Tracking-Bereich eigentlich so die Zukunft sein wird, weil ich hier eben schon den Look von dem Kiox 300 habe, was eben den Display angeht, das heißt, ich habe ein Farbdisplay, ich habe alle meine Informationen, die ich wirklich brauche, anliegen und kann dann aber optional sagen, da haben wir ja auch schon das Video zu gemacht mit dem Smartphone-Grip, das werden wir hier auch nochmal vorstellen, dass ich dann sage, wenn ich eben brauche, mache ich mir hier nochmal einen Halter dran mit Smartphone-Grip und habe dann eben die Option, einen großen Display zu haben, eben in dem Fall auf dem Handy, habe aber eben die Basis hier, alles an der Seite dann liegen. Deswegen, also Velo de Ville haben wir bei uns immer mit dem Purion 200 dann ausgestattet, das heißt, das habt ihr, wenn ihr das bei uns kauft, immer mit dran. Hier ist jetzt der Performance-Line mit 75 Newtonmeter verbaut, natürlich smart, sonst würde es mit dem Purion nicht funktionieren und wir haben es jetzt hier konfiguriert mit dem 625er Akku, das könnt ihr natürlich optional auch mit einem 500er Akku bestellen, wenn ihr einfach sagt, mir reicht das einfach, weil ich einfach nicht viel fahre. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich sage, ich fahre in einer Woche 50 Kilometer, dass ich mir dann einen riesen Akku konfigurieren, also da müsst ihr einfach drauf achten. Da könnt ihr natürlich auch super bei Bosch mal auf dem Reichweitenrechner ein bisschen spielen, da könnt ihr eure Daten eingeben, Fahrradgewicht, Fahrergewicht, die Konfiguration von so einem Rad, das heißt, welchen Motor habe ich, welchen Akku habe ich, welche Schaltung habe ich, welches Gelände fahre ich, welche Geschwindigkeit fahre ich und dann zeigt er euch eben eine grobe Reichweite an, die ihr kommen würdet mit eurer Akkugröße. Lichttechnik haben wir hier jetzt standardmäßig auch, LED-Scheinwerfer vorne und hinten, normales LED-Rücklicht. Ihr könnt da natürlich auch wieder upgraden, wenn ihr jetzt sagt, ich fahre einfach super viel im Dunkeln, weil ich vielleicht aus der Nachtschicht komme oder wie auch immer, dass ihr dann da einfach sagen könnt, okay, ich baue mir da oder lasse mir da dann direkt den helleren Scheinwerfer dranbauen oder durch Velo-Level upgraden. Ja, wir haben uns jetzt hier bewusst dagegen entschieden, ein Rahmenschloss zu verbauen, weil wir eigentlich davon überzeugt sind zu sagen, einmal ein ordentliches Schloss und das reicht und dann ist das Rahmenschloss einfach 6, 7, 800 Gramm zusätzliches Gewicht, was man sich eigentlich sparen kann und es kostet halt einfach wieder 30, 40 Euro mehr, die man da eigentlich teils nicht braucht. Bedeutet eben, bei Velo-Level meistens bei uns konfiguriert, ohne das Rahmenschloss, Gewichtsthema und Preisthema und empfehlen würden wir dann halt immer ein Fallschloss oder eben eine stabile Kette. Vom Gepäckträger her ist es so, wir haben ja jetzt hier auch schon den besseren Gepäckträger mit den Anschraubpunkten für Packtaschen und dann haben wir hier eben das Rücklicht schon so teilintegriert und der Riesenvorteil ist eben hier, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Tasche habt, die mit einem MIG-System ist, ihr euch dann direkt den Gepäckträgerhalter passend dazu konfigurieren könnt. Das heißt, da geht dann eben MIG, Racktime etc., da könnt ihr das dann eben passend zur Tasche wählen oder wenn ihr sagt, das System ist mir sympathisch, sucht ihr euch es danach aus oder was der Händler dann vielleicht einfach da hat und ihr die größte Auswahl habt, könnt ihr einfach sagen, dann hätte ich gerne den Gepäckträger, um mir die größtmögliche Packtaschen- oder Korbauswahl zu sichern. Ja, bei der Bremse und Schaltung setzt Velo de Vilje natürlich auf Shimano, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal die Standardbremse konfiguriert, Shimano, Zweikolbenbremse vorne wie hinten mit Hydrauliksystem, das heißt, da habt ihr wirklich auch ein solides System, kommt vernünftig und sicher zum Stehen und müsst da auch keine Sorge haben. Nabenschaltung ist eine 5-Gang-Nexus verbaut, das ist so das Typische bei der 75-Nm-Konfiguration, alternativ könnt ihr dann natürlich auch Enviolo oder Sonstiges konfigurieren, das ist dann einfach am Ende eine Preissache. Ja, zum Thema Gewicht nochmal, wir haben natürlich jetzt hier mal als Beispielrad eins in der Happy Size Variante, Happy Size bedeutet, ihr habt ein zulässiges Gesamtgewicht, also Fahrradgewicht plus Zuladung plus Körpergewicht vom Fahrer von eben 160 Kilogramm. Hier jetzt eben dann mit der Luftgabel und mit der bei Schulze Federsattelstütze ausgestattet schon, die Luftgabel hat natürlich einfach den Vorteil, ihr könnt einfach nochmal besser das Fahrergewicht einstellen, ob jetzt extrem schwer oder natürlich auch extrem leichte Menschen, weil einfach alles, was aus dem Durchschnitt 80-90 Kilo rausgeht, ist dann halt einfach mit der Stahlfeder nicht mehr perfekt bedient, da müsste man dann, wenn möglich, die Stahlfeder in der Gabel wechseln. Bei den meisten Gabeln im normalen günstigeren Preissigemann geht es halt teilweise einfach gar nicht. Mit der Luftgabel habt ihr dann einfach den Riesenvorteil, ihr könnt da einfach sagen, ich stelle jetzt perfekt auf meine Gewichtsklasse ein oder auch auf meine Vorlieben, wenn ich es ein bisschen straffer möchte oder eben nicht und habe es dann wirklich super schön eingestellt, um einfach den maximalen Komfort zu erzielen. Ihr habt natürlich auch hier weiterhin immer noch die Druckstufeneinheit, wo ihr dann nochmal die Einfeder- und Ausfedergeschwindigkeit variieren könnt, also Druckstufe für die Einfedergeschwindigkeit und Zugstufe, wie schnell die Gabel dann wieder ausfedert, das ist eben bei der Gabel auch schon mit drin. Bei Schulze Sattelstütze kriegt ihr natürlich auch in verschiedenen Federhärten. Bei dem Happy-Size-Paket habt ihr natürlich erstmal eine tendenziell etwas härtere Feder mit dabei. Thema Laufräder und Reifen, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Fünfgang-Nabenschaltung ist verbaut, Laufräder jetzt hier komplett in schwarz, schwarze Speichen, schwarze Felgen, schwarze Narben, Fünfgang-Nabe eben hinten und vorne eine Velo-Deville gebrandete Narbe. Ihr habt schon verstärkte Felgen beziehungsweise geöste Felgen, das heißt, da ist einfach der Vorteil, dass die Speichernippel nicht so schnell ausreißen können, um natürlich auch hier einfach das Thema Gesamtgewicht zu gewährleisten und generell einfach eine hochwertige Grundqualität zu haben, auch bei den nicht verstärkten Rädern. Beim Reifen habt ihr den Schwalbe Energizer Plus, das heißt, der hat schon den leichten Pannenschutz auch mit drin. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Marathon Plus, aber eben auch vom Pannenschutz schon deutlich besser als gar kein Pannenschutz. Ja, um nochmal kurz darauf einzugehen, wer es vielleicht nicht gesehen hat, das Video von Velo-Deville, was macht jetzt so ein Velo-Deville besonders? Ihr habt halt hier die Möglichkeit, ich habe es ja gerade zwischendrin auch schon immer gesagt, ihr könnt wirklich vom Griff bis zur Schaltung alles konfigurieren, ihr könnt das Rad in 32 verschiedenen Farben auswählen, ich blende euch da nachher auch mal kurz die ganzen Farbvarianten ein, die Velo-Deville da eben zur Verfügung stellt und könnt im Prinzip jedes Rad oder nahezu jedes Rad, nicht jedes, aber nahezu jedes Rad eben auch mit Happy-Size-Paket ausstatten. Das heißt, ihr könnt einfach jedes Modell in jeder Farbe eben für verstärkte Varianten machen oder als verstärkte Variante dann machen oder eben natürlich auch sagen, ich möchte es in matt, ich möchte es in glänzend, ich möchte den Schriftzug in silber. Also ihr seid da wirklich so extrem breit aufgestellt, was die Konfiguration angeht. Das ist auf jeden Fall für die Leute interessant, die einfach sagen, ich habe einfach schon mal eine gewisse Grundvorstellung und möchte vielleicht einfach mal mir was gönnen, was Besonderes haben. Da seid ihr bei Velo-Deville und bei uns dann auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja, nochmal zum Thema Akku und Akkuladen. Geladen wird der Akku hier, das heißt, ihr könnt einfach diesen kleinen Pinöppel zur Seite machen. Es macht natürlich Sinn, den Akku so gut es geht leer zu fahren. 20 bis 80 Prozent ist dieser Wohlfühlbereich. Daran kann man sich immer ganz gut orientieren. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann logischerweise direkt aufladen. Wenn ihr jetzt keinen Strom in Garage etc. habt, dann macht ihr einfach hier die Klappe auf. Dann müsst ihr einfach den Knopf nach unten drücken und dann, also eindrücken und dann runterschieben. Dann könnt ihr die Klappe aufmachen. Das Schloss ist in dem Fall auf der anderen Seite. Ich gehe mal eben rum. Könnt ihr dann einmal aufschließen, dann klickt er so ein Stück raus. Und dann nehmt ihr den einfach raus, den Akku. Das Schöne ist, da hat Velo Deville auch mal mitgedacht. Ich habe hier so einen kleinen Tragegriff. Den muss man sich natürlich einmal richtig einstellen, dass der schön ausgelotet ist. Aber das ist nochmal so eine Option, so ein kleines Gimmick, was zum Beispiel dann auch wieder so ein Velo Deville Rad ausmacht. Dass da halt einer mal mitdenkt. Und so Kleinigkeiten einfach mitgemacht werden. Zum Einsetzen dann wieder ganz normal rein. Das Rad wieder aufschließen. Dann klackt er nach unten ein. Und dann hört man schon, wie der Akku einrastet. Und dann seid ihr startklar für die nächste Tour.